Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Martin und Vicky waren in Ischgl und haben für euch gefloggt, aber kein Intro und kein Garni. Deswegen, damit ihr wisst, wo das überhaupt ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Stop! Wasp! Wasp! Wahnsinn, oder? Wahnsinn, oder? Aber gut, da kommt's auch so, wenn wir hier ab, wenn wir mit dir gehen wollen, aber das ist ja mal ganz kalt, ganz schön. Oh, da sind ein paar Kollegen schon hängen geblieben. Oh, nein. Ja, voll. Ja. 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 Jogst noch. Gut. Gut. Ja. 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 Du bist ja leichter. Ja. Du bist ja gar nicht, ja, alles sag's. Aber das ist ja nicht. Im Raum ist auch ja, Ja, das ist ja noch nichts mehr. So, das Reli ist vorbei, hier ist ein Bankerl geschnappt, dann sind jetzt schon die Sanne nach oben gesprungen und es war richtig fein, ich glaube die hat da in dem Bereich so kleine Gumpen, die hat so kleine Gumpen und es ist echt wunderschön. So, das ist ein Blumen-Liv. Also, es ist es leider nicht auch An-Buen-Liv. So, das ist ein Blumen und es ist ein Blumen-Liv. Wenn ihr euch aber auch wiederholen habt, dann ist es ein Blumen-Liv. Hier ist es ein Blumen-Liv. So, das wäre vielleicht ein Blumen-Liv. Es ist ein Blumen-Liv. Das war's für heute. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das war eben zwei Tage Ischgl, ein Tag so frei explorern und der zweite vom SHRC Camp. Da habe ich aber nur noch ein paar Ausschnitte mit reingenommen. Gebt uns doch gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt uns was in die Kommentare, das freut uns auch immer sehr. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert gerne unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.